Wie komisch, wie komisch das gezeichnet. Einfach Legende, wallah. Er ist schon wieder so ganz komisch. Wohin willst du? Digga, wie komisch sieht das aus? Hab's. Begrünscht. Digga, er zeigt sogar drauf und du schreibst Ananas. Hast du vom Dummheitsbaum gefallen oder was? Das ist doch niemals ein Darsloch, Alter. Ey, Leute, Real Talk, wenn da gleich steht, Luca is choosing a word, mache ich ganz kurz meine Cam groß, weil dann seht ihr nicht, was ich choose. Ach, ihr seht es trotzdem oben. Ja, okay, dann ist es scheißegal. Sehr gut gezeichnet. Sanna, du bist echt nicht mehr zu retten, Alter. Gegensatz. Ihr kreist rechts ein. Richtung Zukunft. Oh, Zukunft, aber gut eigentlich. So. So. Ich bin erster, Sandy. Anni is choosing a word. Anni is langweilend, langsam, glaube ich. Auch nicht, ey. Nee, ne? Eine Person war so richtig langsam. Ich rasiere so unnormal. Ey, ich will auch endlich wieder malen. Chat ins zweiten Fenster runter, rüberziehen, das geht nicht, weil man sieht ja einerseits, wenn ich male, sieht man es hier eingeblendet und man sieht es hier. Das heißt, ich könnte euch, wenn schon, nur das Malfeld einblenden, aber das wäre auch nicht lustig. Oh. Ey, ich errate einfach alles, so am laufenden Bann, einfach so weg damit, weg damit. Für Wunsch. Ey, wie können das denn Leute noch immer nicht erraten haben, das Wort? Sanna, ich glaube, dein Handy ist gerade unter Wasser. Nee, ich war es hier. Ey, ich bin dran. Ey, Leute, das ist richtig schwer. Wenn Sandra einen Typ mit in der Badewanne hätte, dann würde sie nicht hier sein. doch, save. Was ist das denn? Warte. Ey, warum haben das schon Leute? Wie soll man das denn erraten? Das ist aus, was ich spreche wieder. Ja, alles gut. Ey, ey, wieso haben wir das schon so viele? Ey, das ist so gut eigentlich. Nein. Ja, wir haben ja gesagt, ohne schreiben. Kürbis? Ne, die Person sagt, oh, weil hier ist so ein kleiner Welpe. Und der ist niedlich. Oh mein Gott, what the fuck? Ja, aber das kannst du schlecht zeichnen. Ja, aber du kannst dich doch nicht selber nennen. Ja, aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Du Bastard. Wie heißen diese Dinger? Hä? Das ist doch. Das ist eine Halbnote. Das sind vier Begriffe nur. Hä? 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 Hä, wie können die das schon haben? Wie heißt das denn? Hä? Hä? Sag mal, sind wir lost? Ja. Ich hab's. Ich hab's nicht. Ey, ich hab's nicht. Ich hab keine Ahnung, Digga. Köde. Oh, Julika. Die wird wieder gar nicht klarkommen, ey. Das war die mit der Limette. Ja, okay. Ist das wieder Einkaufscenter? Achso, Zug. Au, jetzt hab ich's gesagt. von bis. Von bis was? Hä? Haltbarkeit? Brille? Nee, das ist ja irgendwas auf Rädern. Sag, du hast es. Spassi. Nimm alle hier auseinander. Achso, summa summarum juckt's eigentlich niemanden. Das löscht sie alles. Sie malt einfach genau das gleiche nochmal. Das war's dann komplett. Sandy, du Hacker. Die schreiben, du bist Hacker. Ein paar Sekunden später. Ehefrau. Blue Crew war das, glaube ich, die so am Arsch war, oder? Mit dem Malen? Oder ist die Person schon raus? Guck da. Ja. Ah, nee, doch, jetzt mach's zu schnell. Das war richtig, war echt lustig. So, los. Was ist denn das? Wieso haben die das schon? Wieso hat Anni das schon? Wieso hat Domsen das schon? Hä? Oh! Frisch! Strand, Digger! Ja. Gliedschatten. Sie schreibt einfach, sie schreibt einfach Gliedschatten. Bester Mann. Ey, Sammler, ich hab meinem Crush geantwortet. Wer ist denn dein Crush? Diese, die ich bei TikTok gesehen hab. Wie alt ist denn die? Wie alt? Iiu, 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 iiu. FBI, open up! Demnächst muss ich Luca aus der Polizeistation abholen. Das stimmt. Ey, hat der Genickbruch da an die Person oder was? Hä? Was? Identitätskrise? Midlife Crisis? Hä? Ist wieder so lost, wie ihr zeichnet, Alter. So ein richtiger Wuppertaler. Vielleicht Wuppertal. Lost. One Direction. Oha. Oha. Locker steht WPT gar nicht für Wuppertal. Doch. Also, der kommt wirklich nicht aus Wuppertal. Du sollst nicht mit uns chatten, du sollst das Wort da schreiben. Keiner hat's bisher erraten. Mal noch irgendwas dazu. Kann ich mal die... Ich kann's nicht mal lesen. Okay, los. Hä? Oh, ah! Ich achte hier gar nicht mehr. Oh, ich bin, ich bin... Oh Gott. Oh Gott, Oh Gott, das ist so richtig Platz. Hä? Drei Buchstaben und du malst so viel? Hä, wie kann man das erraten? Ey, besser konnte ich's nicht malen. Sandra, Mann, das ist einfach scheiße. Das ist richtig gut. so. Aber ich hab auch in den Chat geguckt, tut mir leid. Danke, Vance, Luca. Oh, jetzt kommt Katastrophe. Ey, haben wir Tipps zur Uni-Motivation für Lil K? Sandra? Äh, von deinem PC, da musst du auch nicht mehr zur Uni gehen. Danke dir, Bro. Luke wird's direkt erraten. Wie? Alle? What the fuck? Hä? Hast du's, Luca? Ich male, Digga, deswegen... Achso! Achso! Hä? Keine Ahnung, was er zeichnen soll. Jesse hier ist 26 und schaut meinen Stream gerade. Ehre. Korbinian ist 23. Ey, schreibt mal rein, wie alt ihr seid, aber jetzt nicht rumlügen. 12. Fala ist 22. 20, 19, 16, 19, 26. Becker ist 26. 13, 12, 11, 12, ich bin 60. Stell mal vor, das ist jetzt wirklich nöblich. Oh, ich bin wieder dran. Sandy, los, ich zähl auf dich. Ich hab's. Nice. Ey, das bin ich, Alter, vor zwei Jahren. Fettungstar. Wee! Ey! Platz 8, egal. Erster Plan. Das war Scribblio mit der Lou-Crew und mit Sandy aus der Badewanne. To let the money come between us. Oh, no. They not even capable to feel us. Yeah, yeah.